2514 Geilo! Geil! Sohl ins Licht! Ermösung! Wow! War da General Grievous-Turton am Rand? Der Mond ist unter Wasser? Komischer Mond! Der Mond ist unter Wasser? Der Mond ist unter Wasser! Der Mond ist unter Wasser! Oh, der ist schon da? Der Eremit ist hier! Ich fühle es auch! Wir sind bei euch! Das ist unsere Ehre, euch bei einer Läuterung zu helfen! Sale? Nein, falsch! Ja, erkannt! Wir müssen uns jetzt nur irgendwie durchschlängeln! Au! Okay, okay! 1100! Ach, nö! Das führt eine Weile daran! Okay, vielleicht nicht ganz so lang! Der erste ist hier nömer! Der erste ist hier nömer! Ma-ja, ich muss jetzt auch mal zusammen sehen! Oh! Dä-da-da! So! Du sammelst auch die Pobel ein! Und dann ist der weg! Ernsthaft! Brinkst du mal gleich den nächsten! Die MCU! Dä-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Nein! 504, perfekt! Das auch noch mal! Das war Vergolde! Und nicht alles mit Lucht anhalten! Den Echsen! Oh! Gut doch! Dann schaust du aus! Alter, Zähneputzen ist bei dir auch eine Tagesaufgabe! Okay! BAM! Correct! Correct! Wow! Und nun? Insof! Das ist schon irgendwie die Entstechnik! Genau! Als ich's nicht look! Ähm! Muss ich es so sagen? Das ist doch am Ende mit der Unten und mit dem Handel. Das ist doch reduction. Nein, das wollte ich nicht. Ey. Du Sack. Der brüßt uns. Komm. Was ist jetzt passiert? Boah, man hat ihn gewechselt. Kombo. Heilendes Licht. Das wollte ich haben. AKO-Schlag, weil... ...Biest... ...für Goldkämmer ist. Der brüßt auch alles. Nee. Das sparen wir uns. Dann nehmen wir lieber den. Wenn da ein Rest schon wieder dran ist... ...Wenn er dran ist... ...ja, er ist dran. Du bist jetzt auch Geschichte. Und der Rest schweinl leider auch. Ach nö. Nö. Schon wieder ein Schreckensblick. ... Wieso? ... 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 Wir werden jetzt langsam mal unsere Burgers nehmen, he? Haben wir uns verdient? Kombo Feuer und Flamme, ja. Nein! 2.514! Geilo! Nochmal ein Sonnenball. Wann die T-Tage sind wohl da nicht lang weg. Der ist voll die Rotze! Hm... Skills, Regengeruch. Wow, 96. Wahnsinn! Uiuiui! Uiuiuiui! Hulgemann! Ultimativ! Geil! Sohl ins Licht! Ermösung! Wauuuu! Wauuuu! 1450! Nice! Ey! Valeria ist schon down! Oh, und die Dinger laden auch! Magiepunkte, das ist gut! Oh! Oh! Oh, und die Dinger sind schon jetzt da! Oh! jetzt noch mal vor wir sind uns wieder regn geruch käme noch nicht mehr warte dann erzeug mal Popelfünger einen 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 Städelboden einmal healen, bitte Autschi ungeil b und oder 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 Aua, dann können wir uns eine Kombo auffüllen. Kommen Sie. Nein, Seil darf sie nicht schlafen legen. Yo, wir haben Fall. Wohl. Nehmen wir das. 2100. Nice. Skills. Ultimativ. Und es heilt normalerweise, ne? Dann wäre jetzt schon langsam mal Valeria dran mit ihr einer ultimativen Fähigkeit. Okay, Valeria wurde nicht geheilt. Verrasche. Ja. 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 Eremito! Ihr habt es geschafft! Ah, Valeri, der Eremit ist hinüber, ganz ohne Sonnenfinsternis! Diese Macht, ich habe noch nie daran gezweifelt, dass wir es schaffen können! Ja, ich fühle mich so viel stärker! Das, was wir taten, als der Fluch galt darauf, ich glaube, ich kann es jetzt kontrollieren! Es wird auch in mir immer stärker, ich glaube, wir sind bereit! Der Mond, also? Gemeinsam! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Unglaublich! Wow! Ich bin ja auch ein Papier! Ich bin ja auch aus der Zeit mehr in der Welt! So, jetzt will ich sie speichern! Wann kriegt es das Engel? Ich will die Krise treffen! Ich will die Krise, mit der Kölner bin. Aber das ist nicht das Lebe! Ich will die Krise, die ich nicht sehen kann! Ich will da hinlegen! Was darf ich denn mitnehmen?! Wenn ich nicht glaub, dass ich mich nicht verletze, sowie in diesem Milch verletzt habe ich einen kleinen Tag. Sie sind in der Nähe von der Kaleel, Jetzt, wo Ihre wahre Macht entpesselt ist, können Valerian Cell auf der Weltkarte fliegen. Bewege dich mit LS und drücke A, um auf ebenen Oberflächen zu landen oder abzuheben. Außerdem kannst du zuvor unzugängliche Gebiete erkunden. Wenn du bereit bist, kannst du den Flashmaker in seinem Schloss zum Endkampf aufsuchen. Jo, sind wir. Juhu! Wow, voll cool. Ich will landen. Versteck des Flashmakers. Speyerplatz? Ja, da gibt's einen. Das ist es, das Versteck des Flashmakers. Es gibt da einen kein Tor, er wird offenbar, dass wir reinkommen. Gut. Ich würde aber sagen, wir speichern einmal hier und dann wollen wir das nächste Mal weiter mit den kleinen Röntgen Sea of Stars. Und bis dahin, macht es gut. Ciao. Ich weiß aber nicht, wo's für Richtung das in Emerson. Weil da ein Spiegel verkehrt ist. Also, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.